Hey Leute, ich sag's wie es ist, wir haben ein Problem, also eigentlich hab ich ein Problem, ihr nicht, euch kann das egal sein, aber ich hatte nichts besseres zu tun als zwei Kollaborationen oder Collabs auf Instagram zuzustimmen mit anderen tollen Künstlern, während ich meine Abschlussarbeit gemacht habe. Diese Abschlussarbeit ist fertig und ich hab bestanden, es ist alles toll, ich bin jetzt Designerin, aber ich hab diese Kollabs komplett vergessen. Und die eine ist eine Singers Collab und die andere ist eine Billie Eilish Musikvideo Collab und ja, wie soll ich sagen, morgen ist die Deadline von der Singers Collab. Aber ja, das ist ein Problem. Und die Sache ist, ich hab heute noch nicht angefangen. Jetzt wiederum ist das Problem, dass ich meinen absoluten Lieblingssänger zeichne und zwar Matthew Bellamy. Und ich das natürlich auch gut machen will und ich will da so ein paar aus den Musikvideos so ein paar Sachen einbauen, so verschiedene Artefakte, die in den Musikvideos vorkommen. Das heißt, es wird irgendwie so ein bisschen aufregend und es muss sich alles heute schaffen. Und deswegen, es ist jetzt 15.30 Uhr. Ich würde sagen, heute wird durchgepowert. Let's go! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020